Moin und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie ihr diesen Multi-Char hier, den ihr gerade seht, installieren könnt. Ich habe schon viele Videos auch gesehen, wo man so ein anderes Multi-Char installiert hat, aber die haben dann nie funktioniert. Warum das so ist, weiß ich leider bis heute selber nicht. Was ich aber weiß, ist wie man dieses hier installiert. Das ist jetzt das Standard ESX Multi-Char, aber das finde ich auch eigentlich eine gute Alternative zu dem anderen. Das ist jetzt noch auf Englisch, das kann man aber alles übersetzen auf Deutsch. In der Index-HTML bzw. in der jeweiligen HTML oder in der Client.dua kann man das eben ändern. Und zwar, das ist jetzt das normale ESX Multi-Char. Wenn ihr ESX bei euch installiert habt, gibt es einen Ordner, der heißt ESX Multi-Char. Da bringt es nicht, den zu starten. Ich habe es auch schon ein paar Mal probiert. Es geht nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich habe jetzt eine andere Methode gefunden. Und zwar, zum einen bekommt ihr das durch den von Subhosting angebotenen 5M ESX RP Server. Die haben ja einen neuen Server rausgebracht, sage ich jetzt mal. Und es gibt nämlich den ESX RP Server. Den kann man sich downloaden. Da hat man schon ESX installiert. Ja, dann ist das dementsprechend auch schon dabei, wie oben hier auch diese Anzeige und so weiter. Zu einem anderen Video werde ich später auch sagen, ob ihr lieber euch einen V-Server kaufen solltet oder einen Game-Server. Als schnelle Antwort ist ein V-Server besser, weil ihr euch da schon Geld sparen könnt. Und ihr habt genau das gleiche wie beim Game-Server und ihr könnt einen eigenen Team-Speak-Server noch machen, ohne dass ihr selber noch Geld dazugeben müsst. Alles weitere und alles genauere Vor- und Nachteile seht ihr dann im nächsten Video. Aber das ist jetzt erstmal hier nur Multi-Char. Zum anderen kann man das durch den Download bekommen. Und zwar habe ich euch den Download unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar habe ich jetzt einfach mal bei WorkUpload diesen ESX Ordner unten zur Verfügung gestellt, wo eben auch dieses ESX Multi-Char drin ist. Dort findet ihr dann auch die ESX Final SQL und die Server-Config. In der Server-Config ist eigentlich nur das, was dort eingetragen werden muss. Also einmal dieses vom ESX Pack, das Zeug. Das könnt ihr dann einfach copy und pasten dann. Und eben die ESX Final müsstet ihr dann in der Datenbank importieren. Wie ihr das macht, ist aber auch schon mal im vorherigen Video erklärt worden. Auf jeden Fall habe ich euch einfach mal ESX unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dies downloadet ihr. Und dann bekommt ihr genau das, was jetzt hier auch drin ist. Hier fehlen zwei Dinge, aber die sind unten dann halt auch da. Den ersetzt ihr dann einfach mit dem Standard-ESX Ordner. Genau. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch einfach per Copy-Paste die Server-Config mal richtig machen mit dem ESX, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und das war es dann eigentlich auch. Ihr könnt euren Server starten und dann, wenn ihr joint, sollte das hier kommen. Wenn nicht, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Dann müsstet ihr dann einfach nochmal ein bisschen gucken, ob ihr vielleicht in der Server-Config was verkackt habt oder irgendwie woanders. Sonst habe ich immer noch einen Discord unten verlinkt. In meinem Community-Discord einfach ein Ticket erstellen. Ich habe meinen Account jetzt wieder. Und jetzt kann ich dementsprechend auch Tickets wieder bearbeiten. Das war es jetzt auch dann schon von diesem kurzen Video. Falls ihr Fragen habt oder so, dann bitte ich euch einfach mal in den Kommentaren was zu schreiben oder eben auf meinem Discord. Bitte nicht privat anschreiben, sondern ein Ticket eröffnen. Das hatte ich schon öfters und das ist für mich dann nur noch stressiger. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich erstmal in einem Tag oder so nicht antworte, aber ich habe hier viel zu tun. Und ja, ich hoffe, euch hat das wieder dann soweit gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch alles verstanden, weil ich gerade im Rush bin. Und dann ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.